Äh, was, was soll ich? Sie sollen mir die Fahrzeugschlüssel geben. Äh, warum sollte ich das tun? Weil das ein Raubüberfall ist und wir ihre Schlüssel haben wollen, weil wir ihr Fahrzeug haben wollen, weil wir reingucken wollen, weil wir ihre Ware verkaufen wollen, weil wir Profit machen wollen. Ich glaube, das waren jetzt genug Gründe. Nö. Nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es genug Gründe waren. Zieh dir noch ein paar mehr auf? Ich würde jetzt aber gerne, dass du mir die Schlüssel aushänden, ja? Und was, wenn ich das nicht mache? Dann werde ich sie töten. Und dann werden wir die Karre so oder so nehmen. Dann werden wir sie ausbrechen und beim Autoschieber verkaufen. Aha, also wenn ich die Schlüssel nicht gebe, dann tötest du mich? Ja. Aha, hau rein. Da sieht man nicht so. Hier habe ich sie sein. Jetzt kann ich sie sein! Ich hoffe, dass ich sieinsky